Musik Herzlich Willkommen zum Vollmond Special zum Vollmond im Steinberg. Am 20.07. findet um 0.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein sehr wichtiger, sehr ernsthafter Vollmond im Steinberg statt. Dieser Vollmond ist aus dem Grunde so wichtig und so interessant, weil er halt die Themen des Grundguteloranus-330s und 2012, 2013, 2014, 2015 ordentlich in Anspruch genommen hat, hier nochmal anstoßen wird. Ich kann nur immer wieder betonen, dass ein Vollmond natürlich nicht nur den Tag, an dem der Vollmond stattfindet, kennzeichnet, sondern dass hier ganze Entwicklungszyklen durch Neu- und auch durch Vollmonde gekennzeichnet werden. So wird halt diese Zeitqualität von der Eltern-Kind-Achse geprägt, also sprich Krebs, was halt unsere Kindheit, unsere Herkunftsfamilie symbolisiert. Und Steinberg, was halt unseren Lebensweg symbolisiert, also ein wenig ähnlich wie der absteigende und der aufsteigende Mondmoden, könnte man hier sagen, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Und das sollten wir uns natürlich in diesen Zeiten fragen und wir sollten uns auch fragen, inwieweit wir uns eventuell hier Bildern aussetzen, die wir halt in unserer Kindheit aufoktroyiert bekommen haben, also wo wir eventuell als Erwachsene immer noch versuchen, gewissen Bildern gerecht zu werden, die wir halt durch unsere Familie aufgedrückt bekommen haben. Wenn wir als Erwachsene natürlich hundertprozentig mit dem übereinstimmen, dann ist an dem ja nichts auszusetzen, aber bei den meisten von uns ist es doch so, dass wir uns im Laufe unseres Lebens halt wegbewegen von dem, was wir in unserer Kindheit und Jugend durch unsere Familie kennengelernt haben. Also wo wir halt bestimmte Einstellungen, ich kann jetzt hier natürlich nicht alle aufzählen, aber was diese Achse betrifft, also wie man zum Beispiel mit Kindern umzugehen hat, ob man zu heiraten hat oder ob man homosexuell sein darf, ob man in einer offenen Beziehung leben darf, was für eine Einstellung man zu Beruf, zu Karriere, zu Geld, zu gesellschaftlicher Anerkennung hat und, 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 ja. Also inwieweit fühlen wir uns hier eventuell noch sehr unterdrückt von den Bildern, die uns durch unsere Familie auferlegt wurden, ja. Und das muss ja natürlich nicht jetzt so direkt gemacht worden sein, also es gibt natürlich Eltern, die dann ganz direkt sagen, du, 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 das macht man aber so und so, aber auch indirekt, alleine dadurch, wie halt unser jeweiliges Familiensystem geprägt war und wir dadurch auch geprägt worden sind, inwieweit haben wir uns hier schon emanzipiert. Denn unter diesem Vollmond geht es sehr viel um Emanzipation, um Abnabelung, wie ich ja auch diese Zeitqualität betitelt habe, schon mit dem allgemeinen Juli-Video, ja, denn Uranus wird hier im Brennpunkt zwischen der Sonne im Krebs und zwischen dem Mond im Steinbock stehen und gleichzeitig wird aber auch hier sehr harmonische Energie mit reinspielen, von Mars im Skorpion und von Chiron in den Fischen. Von daher geht es in diesen Zeiten sehr viel darum zu erkennen, wofür sind wir wirklich verantwortlich, welche Verantwortlichkeiten sollten wir delegieren an andere, wo müssen wir uns selbst Grenzen setzen, wo müssen wir eventuell bestimmte Grenzen erweitern, wo müssen wir anderen Grenzen setzen und wo werden uns durch das Leben Grenzen gesetzt, also sprich durch die irdische Realität, die hier von Saturn, dem Herrscher des Steinbocks symbolisiert wird. Saturn bildet unter diesem Steinbock ein harmonisches Trigon zu Merkur und zu Venus im Löwen und hier geht es mit der Krebsenergie, mit der Löweenergie und gleichzeitig mit der Steinbock und der Saturnenergie halt sehr viel um die Diskrepanz oder aber auch um das harmonische Verhältnis zwischen dem inneren Kind und dem inneren Erwachsenen und aber auch zwischen dem realen Kind und dem realen Erwachsenen, also sprich wir als Kinder, unsere Eltern, also hier geht es sehr viel um die Beziehung zu unserer Familie, aber halt auch im weitesten Sinne, denn wir haben auch sogenannte Wahlfamilien später im Leben, ja, also unser Freundeskreis zum Beispiel oder ein bestimmter Teil unseres Freundeskreis kann ja auch wie eine Familie sein, eine Wahlfamilie, ja, und hier geht es halt darum, wie wohl fühlen wir uns wirklich in unserer Familie, also wie gesagt, Blutsverwandtschaft, aber auch seelische, emotionale Verwandtschaft und wie, inwieweit kommen hier gewisse Eltern-Kind-Dynamiken zustande und wie, inwieweit kommen zum Beispiel auch innerhalb unserer Karriere bestimmte Dynamiken zustande, die halt eventuell stark auch an Eltern-Kind-Dynamiken erinnern, ja, hier geht es auch um unsere Einstellung zur Autorität, hier geht es, wie gesagt, um Grenzen, die uns von außen auch gesetzt werden, also wenn ich meinetwegen mit 42 den Traum habe, die Sehnsucht habe, Neptun, der Planet, der unsere Träume, unsere Sehnsüchte und Fantasie symbolisiert, die befinden sich hier in Spannung zum Mond im Steinblock unter diesem Vollmond und wenn ich jemanden wegen dem Traum habe, klassischer Balletttänzer zu sein und aber halt schon 42 bin und bisher noch nie Ballett getanzt habe, dann ist das die örische Grenze, die Grenze, die uns die Realität aufzeigt, die uns dann zeigt, nein, es ist aber wirklich absolut unwahrscheinlich, dass du mit 42 nun noch ein klassischer Balletttänzer wirst, also zumindest wenn du vorher im Ballett getanzt hast, ja, wo lassen wir uns aber eventuell durch alte Konditionierungen, wo uns irgendwie eingehlt, das schaffst du eh nicht, dafür bist du zu jung, dafür bist du zu alt, dafür bist du zu klein, dafür bist du zu groß, dafür bist du zu dick, dafür bist du zu dünn, dafür bist du zu dumm, dafür bist du zu klug und, 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 also wo uns von außen Grenzen eventuell durch unsere Eltern zum Beispiel, ja, oder auch durch andere Menschen später im Leben, die eine gewisse Autorität für uns verkörpert haben, eingeredet wurde, das schaffst du eh nicht, das kannst du eh nicht, das musst du gar nicht erst versuchen, wo lassen wir uns hier einschränken und wo will Uranus eben wieder hier die Grenzen sprengen. Uranus in unerlöster Form kann aber halt auch den rebellischen Teenager in uns wachtilzeln, ja, also wo wir uns um jeden Preis eine bestimmte Freiheit schaffen wollen, die uns eventuell gar nicht gebührt, ja, denn mit Freiheit kommt auch neue Verantwortung, ja, und allzu oft sehen wir es, ja, wenn zum Beispiel politische Rebellionen stattfinden, dass viele Leute schnell dabei sind zu rebellieren, aber wenn man sie dann mal fragt, okay, biete mir Alternativen an, ja, dann haben sie halt nichts zu sagen, also sie haben dann immer nur etwas zu sagen, wenn sie gegen etwas sein können, aber sie können auch keine Alternativen aufzeigen oder aber zumindest sind die dann nicht oft, zumindest nicht richtig durchstrukturiert, denn beim Steinblock geht es nun mal darum, dass die Dinge auch Struktur haben müssen, dass sie tragfähig sein müssen, dass sie realistisch sein müssen, dass sie der Zeit standhalten können, dass sie dauerhaft sein müssen, dass man hier auch mit Ausdauer auf gewisse Ziele hinarbeitet, ja, und dass man halt wie das Tier, der Steinblock selbst hier Stein für Stein erklimmt, bis man die Bergspitze erreicht, ja. Okay, liebe Leute, wie immer gibt es so viel zu sagen, ja, zu den einzelnen Themen und hier spielen ja viele Faktoren mit rein, was ich abschließend nur noch sagen möchte ist, dass wir halt uns mal die Analogie heranziehen können, und wenn wir ein Glas Wasser in die Hand gedrückt bekommen und dieses Glas Wasser halt 30 Sekunden halten, dann werden das die meisten von uns schaffen. Wenn wir dieses Glas Wasser eine Stunde halten sollen, dann werden es schon wesentlich weniger von uns schaffen. Wenn wir dieses Glas Wasser drei Jahre halten sollen, dann werden es ganz weniger von uns schaffen. Hier geht es auch darum, eine Belastung dauerhaft halten zu können oder aber wo man sich verbiebt unter der Belastung. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich halte dieses Glas drei Jahre lang, dann wird mein gesamter Körper, meine gesamte Wirbelsäule, meine Hände, alles werden sich so verformen, nur um dieses Glas Wasser halten zu können, ja. Und von daher ist es bei jeder Form von Belastung, dieses Glas Wasser ist natürlich nur symbolisch für die Last, die wir tragen für die Belastung, für das Gewicht, das wir tragen, worum es halt unter Saturn oder in Steinbock auch geht. Und wie wir halt eine bestimmte Belastung, ein bestimmtes Gewicht dauerhaft tragen können, um unsere Ziele zu erreichen, die ja halt auch durch den Steinbock symbolisiert werden, ja. Und wo wir uns halt nicht verbiegen müssen und uns nicht schon der Arm halt abfault, um dieses Glas Wasser dauerhaft halten zu können, ja. Und wo halten wir das Gewicht vielleicht viel zu lange, obwohl wir es gar nicht mehr halten müssten? Also wo haben wir uns halt durch Konditionierung, durch Erziehung, durch Belastungen, die uns ungerechtfertigterweise auferlegt wurden, vielleicht schon so ausgerichtet, so verbogen, eventuell sogar schon so verkrüppelt, nur um diese Last unser Leben lang halten zu können, ja. Weil wir es eventuell gar nicht anders kennengelernt haben bisher. Und wo Uranus hier uns auch befreien will. In dieser Analogie wird allerdings auch deutlich, wenn wir dieses Glas Wasser nun so lange gehalten haben, dass wir uns schon dementsprechend verformt haben, dann nützt es auch nicht, nur das Glas Wasser fein zu lassen oder abzustellen. Und auf einmal sind wir wie magisch befreien, ja. Denn wenn wir diese Last viel zu lange getragen haben, also länger, als uns gut tut, dann wird sich, wie gesagt, unser gesamtes System, die ihn entsprechend ausgerichtet und eventuell sogar verformt haben, dass wir dann zwar den Schlüssel darin finden zur Befreiung, das Wasser einfach fallen zu lassen, aber danach müssen wir uns halt erstmal neu aufbauen, neu ausrichten, ja, regenerieren eventuell auch. Wie gesagt, das ist eine Analogie, die aber halt auch sehr viel mit dieser Achse zu tun hat, was natürlich durchaus auch auf emotionale Belastung übertragen werden kann. Also wie zum Beispiel auch auf Stress oder auf eine emotionale Last, die uns durch unsere Familie eventuell ungerechtfertigterweise auferlegt wurde. Andererseits, wie gesagt, ich kann ja hier immer nur für alle sprechen, von daher gilt es hier den Einzelfall zu berücksichtigen und beeiligen, kann es natürlich durchaus der Fall sein, dass sie sich vor bestimmten Verantwortungen drücken, ja. Denn wie gesagt, unter einem Vollmond im Steinmarkt geht es um Verantwortung. Und wo sie halt vielleicht zu sehr den Uranus, den Joker, den rebellischen Teenager für sich in Anspruch nehmen und sich versuchen, hier vor bestimmten Verantwortlichkeiten zu drücken. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen und dann Kontakt zu mir aufnehmen über meinen Kontaktformel auf meiner Website oder aber über mein E-Mail-Adresse ganz direkt, mir.syndosystem.de. Wie immer könnt ihr sehr gerne meinen Blog verfolgen und wie immer könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne meinen spezifischen astrologischen Video anschauen, in denen ich dann astrologische Themen ganz gezielt und ausführlich bespreche. Einen erfolgreichen, hoffentlich sehr heilsamen Vollmond in Steinberg. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.